Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich mal die Auflösung von der letzten Verlosung machen und heute noch eine grüne Farbe, also ein grünen Prefix verlosen. So, wir lösen jetzt erstmal die Verlosung von der letzten Verlosung auf. Den Link von meinem Video füge ich hier ein. Da bitte Benutzer filtern. Start, 26 Kommentare. Wer gewinnt die Verlosung vom letzten Mal von den 5 Peacons? Miro Elberfeld. Okay, wir gucken auf deinen Kanal. Hast du mich abonniert? Kanäle. Und da bin ich. Ja, du hast mich abonniert. Hashtag Verlosung, Ingame, Mr2187, CityBelt4. Ja, geil, da bin ich auch. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in Minecraft. So, wir sind jetzt hier wieder in Minecraft drin. Wir gehen jetzt zu dein GS. Mal gucken, hast du auch einen Spendentrichter? Da sind die Spenden. Aha. Okay, dann viel Spaß mit den Peacons. So, und jetzt sage ich euch mal, was ihr für die grüne Farbe, also den Prefix, tun müsst. Hier, der grüne Prefix. Den könnt ihr gewinnen. Ihr müsst dazu einmal Abonnent dieses Kanals sein. Dann einen Kommentar mit Hashtag Verlosung und CityBelt und Ingame Name in die Kommentare schreiben. Auf einen GS an Spendentrichter aufstellen. Und Euro Abos auf Öffentlich stellen, dass ich auch sehe, dass ihr abonniert habt. Ja, dann würde ich sagen, viel Glück bei der Verlosung. Hier unten links kannst du mich jetzt abonnieren. Oben rechts findest du ein zufälliges Video. Oben links eine zufällige Playlist. Und unten rechts mein Zweitkanal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.